Hallo. Ich dachte mir schon, dass dich dein Weg früher oder später zu mir führt. Du bist der neue Freelancer, von dem man mir erzählt hat. Nur Gutes, hoffe ich. Oh, es ist alles gut. Die Tatsache, dass überhaupt jemand über einen Freelancer spricht, ist noch besser. Prospero, mein Name. Ich wette, du bist der, auf den ich gewartet habe. Ach ja? Wieso das? Du weißt, dass es bei Freelancern um mehr geht als nur einen Job. Es geht um Stolz. Stolz, etwas gut zu machen. Stolz auf deinen Javelin. In letzter Zeit eher nicht. Inakzeptabel. Wer will sich schon in einem Kampf stürzen und dabei schlicht und einfach aussehen? Was für einen Eindruck hinterlässt das denn? Nicht, wenn man hinfliegen und wie der leibhaftige Donner aussehen kann. Eine Faust voller Blitze in einer Hand und ein Hagelsturm in der anderen. Eine farbenfrohe Schilderung. Das ist mein Job. Wenn Lancer Eindruck machen wollen, kaufen sie was Besonderes für ihren Javelin, wie individuelle Aufkleber oder Anzugteile. Dann kommen sie zu mir. Zumindest früher. Es gibt keine Nachfrage. Die Schmiede kann heutzutage nichts mehr herstellen. Ich hoffe, du kannst das ändern. Wie kann ich helfen? Wir müssen sie wieder befeuern. Dafür wird Ember benötigt. Und jemand mit Mum, um es einzusammeln. Finde etwas, dann bin ich wieder im Geschäft. Wir beide sind es. Ich bringe dir bei, wie man Dinge herstellt. Also gut, ich... Genau das wollte ich hören. Du musst außerhalb des Fores nach Ember suchen. Bring es her und wir können damit beginnen, den Laden hier wieder auf die Beine zu stellen. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Freelancer. Mal sehen, was für Ärger heute auf uns wartet. Very good. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.